hallo und herzlich willkommen zu minecraft ein neues projekt und zwar minecraft wie live ja du hast hier keine begrenzte teil kannst du noch aufnehmen wie du bock hast damit mir geben wir ein schwert oder so kommen wir mit ich mache ich habe noch drei leben man wegen des festen nein hey schau mal hier darf man sogar gratis schwimmen was sie bekommt mein schwimmunterricht was aber das habe ich schon im kindergarten gelernt das kann ich schon schlagen mit brot auf dich nur die oberste schicht oder halt die mittlere weißt schon was ich meine kannst du den briefkasten öffnen weil ich weiß nicht ob der private ist den kann ich öffnen gut kannst du die tür öffnen ich habe glaube ich ein disconnect nee okay muss das anlocken machen ja schon klar aber soll auch keine öffnen können kannst du einfach mal die sachen testen ich habe kommt und da irgendwas okay du bekommst jetzt was kommt ja warte ich weiß nicht ob so ein server liegt daran was auch immer weil bei mir liegt auch ein bisschen ich habe gerade ein fps nice 3 10 20 40 60 80 wieder okay hier schon mal das ich weiß nicht wie habe ich dir direkt voll iron geben soll nee lass mal ich gebe dir das noch weiter kommt ich gebe dir noch schuhe damit wo geht damit du dir nicht weh tust an den füßen naja stimmt weil immer wenn ich auf dies geht natürlich das lassen wir einen raus ich habe mich heraus wo sie denn ihr hausbauen dann sage ich ob das okay ist ich sollte ja noch lassen sie mich in ruhe ich hab ihnen nichts getan will ihnen eigentlich nur was geben hey schade vorne da ist ein freund von dir meine freundin ich gehe mal kurz zum haus weil sicherlich low lifestyle nach der vergiftung noch hast du 10.000 ich habe noch ein halbes herz ich habe ein halbes herz minus ein schwarzer krepp hat sich dann besser ich sterbe ich sterbe ich werde okay du sollst ja nicht das villager dort kaputt machen ne 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 ich tue zornig jagen und wenn ich 40 gehirn hat kriege ich einen schwarzen oh mein gott ich gehe auch zum bisschen so ein zufall wo es ist dann hat man es so gelangt um welcher am laptop gerade eben bin da haben wir auch also hast du zwischendurch mal so ein richtiger hänger ja er liegt glaube ich anserbergenst du jetzt wieder wir müssen mal den owners sagen er musste in einem der rahmen Oder? Hä? Habe ich den kaputt gemacht? Habe ich den kaputt gemacht? Ah, ein Skelett! Level 7. Ah, ein böses Skelett, Mann! Au, ich sterbe! Ich sterbe! Hup, hup, hup! Ein Chambi! So, Schweine, Spinnen! Ne, Erfolge! Ich habe ja nicht mal Crafting-Erfolge! Oder was? Muss ich alles noch machen? Ich will Erfolge hier! Und sind Sie? Äh, bei diesen komischen Zuckerwartenbiomen oder was das sein soll. Hey, ich würde nicht zu weit weggehen! Nee, nee! Ich sehe nach dem Dorf! Mann, ich habe gerade böses Fleisch gegessen! Er hat dreimal auf Holz geklappt! Das tun wir doch für den Achievements-Farmen! Ja, ich bin so gut! 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 Oh! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ah! reinstecken naja ja technisch auf brot steht alter hey was würdest du als erste machen wenn du diamanten hast wer was wäre das erste an deiner stelle ich würde jemanden schenken dann kriegt man nämlich ja mal hoch schiebt man es geht mir nicht wir schauen wenn ich 100 lieben haben feiern gibt es gar nicht aber egal nächster was würdest du als erster damit machen eine hacke kraft und danach ja ich kraft mit ihm ein paar sachen als angelegenheit im gehen müssen es geht das angelegen schmiedkunst das soll als erster mache ich eine hacke gut er braucht unbedingt ein ungebraten wie viel die es brauche ich den zaubertischen also zweifeln zaubertischen treffe die zeit ist um die ente quakt eine leute man sich gefallen hat gibt nach oben das zum nächsten mal